Na Leute zusammen, hier ist wieder Heutschla und heute bin ich wieder für euch in Leech unterwegs und zwar wollte ich euch wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, das man sich in MOP spielen kann und zwar um Gokloks Muschel und die haben wir nämlich hier einmal und dazu seht ihr schon, bin ich hier unter Wasser bei Goklok und zwar befindet sich diese Muschel einmal hier in Mists of Pandaria und zwar in der Schreckensöde und dort sind wir hier hinten im Wasser bei den Koordinaten 27, 16 und ja quasi relativ nah am Ufer, ihr seht es, hier haben wir dann diese Muschel und die hat ja 1, irgendwas middle life, also nicht sonderlich viel, die natzen wir jetzt einfach mal kurz weg mit meinem Demon Hunter. Sobald wir das weggenatzt haben, seht ihr schon, haben wir eine Quest bekommen und diese Quest nehmen wir jetzt einfach mal an und ihr seht schon von der Muschel geht dieser Strahl aus. Was sind das jetzt für Viecher, die mich angreifen? Und hier tun quasi diese Waldviecher dieses Ding hier kanalisieren, jetzt brauchen wir einen Flugmount, nehmen wir doch gleich mal das Glasmount. Und die Quest müssen wir jetzt einmal abgeben, das hier ist einfach nur so ein netter visueller Effekt, der interessiert uns eigentlich relativ wenig und ihr seht schon, hier oben haben wir gleich die Quest zum Abgeben und ja, da fliegen wir einfach hin und wir bekommen sogar tatsächlich das Toy sofort, wenn wir das abgeben. Ich hab's jetzt schon, ich hab mir das vorhin schon mal mit dem Druid geholt, war aber eins von den Toys, die es schon eine Weile im Spiel gibt, die ich aber irgendwie mir nie besorgt hab. So, hier können wir das einmal abgeben und wie ihr seht, kriegen wir ein bisschen Gold, uh, 34 Gold gibt's sogar, plus das Item. Und ich würd sagen, wir schauen uns das jetzt auch einmal an und zwar hier die Muschel, was passiert, man steht, oh, die Elfin, die hat aber nette Bauchmuskeln und nette andere Attribute. Ihr seht, man ist quasi einmal ein wenig entblößt hier in so einer Muschel und der eine oder andere wird sicher wissen, auf was das eingespielt ist. Ja, genau, auf dem Star, Starbucks-Becher, genau darauf ist es eingespielt. Ja, soweit zum Videoguide. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen, der das Toy ebenfalls noch nicht erspielt hat. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich sehr gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!